Bayer Leverkusen vs. Atalanta. Bergamo. Wer pfeift? Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo, der Schiedsrichter und die Schlüsselfaktoren des Spiels. Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo, der Schiedsrichter und die Schlüsselfaktoren des Spiels. Die bevorstehende Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo ist ein Highlight der aktuellen Fußballsaison. Beide Teams zählen derzeit zu den stärksten Mannschaften ihrer jeweiligen Ligen und gehen mit hohen Erwartungen und einer klaren Zielsetzung in dieses Spiel. In diesem hochkarätigen Duell liegt das Augenmerk nicht nur auf den Spielern und taktischen Ausrichtungen der Trainer, sondern auch auf dem Schiedsrichter, der eine entscheidende Rolle in der Spielleitung einnehmen wird. Wer wird das Spiel leiten und welche Herausforderungen erwarten ihn? Dieser Artikel beleuchtet den Schiedsrichter und die wesentlichen Aspekte des Spiels zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo. Die Historie der Begegnungen. In der Vergangenheit trafen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo nur selten aufeinander, was diese Begegnung umso spannender macht. Beide Teams haben sich in den letzten Jahren in ihren jeweiligen Ligen und auf europäischer Bühne etabliert. Bayer Leverkusen, ein herausragender Vertreter der deutschen Bundesliga, ist bekannt für seine offensive Spielweise und talentierte junge Spieler. Atalanta Bergamo hingegen hat sich in der italienischen Serie A einen Namen gemacht, insbesondere für seine beeindruckende Offensivstärke und taktische Flexibilität. Der Schiedsrichter, wer pfeift das Spiel? Die UEFA hat zur Spielleitung einen Schiedsrichter bestimmt, der bereits zahlreiche internationale Begegnungen erfolgreich geleitet hat. Mark Klattenburg, ein erfahrener Schiedsrichter aus England, wird das Spiel pfeifen. Klattenburg ist bekannt für seine souveräne und unaufgeregte Art der Spielleitung. Er hat bereits zahlreiche hochkarätige Spiele geleitet, darunter das Finale der UEFA Champions League und das Endspiel der Europameisterschaft. Die Vita des Schiedsrichters Mark Klattenburg begann seine Schiedsrichterkarriere in den unteren Ligen Englands und arbeitete sich schnell nach oben. Schon bald wurde er für die Premier League nominiert und etablierte sich dort als einer der besten Referees. Seine internationale Karriere begann 2006, als er in die FIFA-Liste der Schiedsrichter aufgenommen wurde. Seitdem hat er Spiele in der Champions League, der Europa League und bei großen internationalen Turnieren geleitet. Seine Erfahrung und sein Fingerspitzengefühl machen ihn zur idealen Wahl für brisante Partien wie die zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo. Die Spielzeit und der Schauplatz. Das Spiel findet am kommenden Mittwoch, den 22. Mai 24 Tal, in der Bay Arena in Leverkusen statt. Die Bay Arena ist bekannt für ihre intensive Atmosphäre und die leidenschaftlichen Fans von Bayer Leverkusen. Diese Faktoren könnten einen erheblichen Einfluss auf den Spielverlauf und die Leistung beider Mannschaften haben. Auch der Schiedsrichter Mark Klattenburg muss sich auf eine hitzige und emotionale Kulisse einstellen. Taktische Ausrichtungen der Teams. Die Trainer beider Mannschaften, Xabi Alonso, Bayer Leverkusen und Gian Piero Gasperini, Atalanta Bergamo, sind für ihre taktische Finesse und Innovationsfreude bekannt. Xabi Alonso hat Bayer Leverkusen zu einem offensiv ausgerichteten Team geformt, das mit schnellen Angriffen und einem dynamischen Spielstil beeindruckt. Bei Atalanta Bergamo setzt Gian Piero Gasperini auf eine aggressive Pressing-Strategie und eine flexible Formation, die es der Mannschaft ermöglicht, sich schnell an verschiedene Spielsituationen anzupassen. Die Schlüsselspieler bei Bayer Leverkusen liegt das Augenmerk besonders auf dem talentierten Flügelspieler Moussa Diaby und dem erfahrenen Mittelfeldstrategen Charles Aranguiz. Diaby ist bekannt für seine Geschwindigkeit und Dribbelstärke, während Aranguiz das Spiel aus der Tiefe heraus dirigiert. Auf der anderen Seite steht bei Atalanta Bergamo der Stürmer Duvan Zapata im Fokus, dessen physische Präsenz und Torinstinkt ihn zu einem ständigen Unruheherd für die gegnerische Abwehr machen. Auch der Mittelfeldspieler Ruslan Malinowski, bekannt für seine Distanzschüsse und kreativen Pässe, ist ein wichtiger Faktor im Spiel der Italiener. Die bisherigen Leistungen in der Saison? Beide Mannschaften befinden sich in ausgezeichneter Form. Bayer Leverkusen liegt in der Bundesliga auf einem Champions-League-Platz und zeigt konstante Leistungen sowohl in der Liga als auch in europäischen Wettbewerben. Atalanta Bergamo hat sich in der Serie A ebenfalls in den oberen Tabellenregionen etabliert und besticht durch beeindruckende Siege gegen Top-Mannschaften. Diese starke Form beider Teams verspricht ein spannendes und hochklassiges Duell. Der Einfluss des Schiedsrichters auf die Partie Die Rolle von Mark Klettenburg in diesem Spiel wird von zentraler Bedeutung sein. In einem solchen Spitzenspiel kann jede Entscheidung des Schiedsrichters maßgeblichen Einfluss auf den Ausgang haben. Klettenburgs Erfahrung und seine Fähigkeit, das Spiel unter Kontrolle zu halten, werden entscheidend sein, um eine faire und flüssige Partie zu gewährleisten. Auch der Einsatz des VR, Video Assistant Referee, könnte in kritischen Momenten zum Tragen kommen und für zusätzliche Spannung sorgen. Erwartungen und Prognosen Die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo verspricht ein aufregendes und taktisch geprägtes Spiel zu werden. Experten sind sich einig, dass beide Mannschaften über die notwendigen Qualitäten verfügen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Es dürfte ein enges und umkämpftes Spiel werden, bei dem Kleinigkeiten und individuelle Momente den Unterschied ausmachen könnten. Der Schiedsrichter Mark Klettenburg wird dabei eine Schlüsselrolle spielen und muss insbesondere in hitzigen Phasen einen kühlen Kopf bewahren. Fazit Das bevorstehende Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo wird von Fußballfans weltweit mit Spannung erwartet. Mit Mark Klettenburg als Schiedsrichter steht ein erfahrener und respektierter Spielleiter bereit, um sicherzustellen, dass die Partie auf faire und gerechte Weise ausgetragen wird. Beide Mannschaften werden alles daran setzen, ihre taktischen Konzepte erfolgreich umzusetzen und ihre Schlüsselspieler in Szene zu setzen. Die Intensität und Qualität dieses Spiels werden es zu einem denkwürdigen Ereignis in der diesjährigen Fußballsaison machen. Autor Anita Farke, Mittwoch, 22. Mai, Tag.